So, da kommen wir zu einer kleinen geheimen Mission, nämlich Fahrertempo 88 in einem Replace, oder wie das Ding heißt. Wo ihr hin müsst, einfach bei Slurpy Swamp, da an die Tankstelle, da wo ich jetzt gerade auch stehe. Da steht dieses Auto, ich habe das eben in Gruppenkeile probiert, aber da war das Auto gesperrt. Einfach einsteigen, vorher volltanken, habe ich nämlich auch gerade gemacht. Und ich glaube, das ist nämlich mit dem Auto gar nicht so einfach zu schaffen. So, Achtung. Habt ihr gesehen, 84. Also die Aufgabe, ich habe schon von meinen Zuschauern auch gehört, dass die Aufgabe halt ultra nervig sein soll, weil der halt kaum an die 88 rankommt. Oh Gott, die sind da hinten am Fighten. Auf einer Wiese sollte man es vielleicht nicht umgehen. Boah, die ist ja ultra nervig. Warte mal, wenn ich hier hoch fahre, drehe dann um, sollte es doch eigentlich klappen, oder? Einmal drehen. Da kommen die alten GTA-Skills hoch. So, und jetzt? Man darf nicht vom Asphalt runterkommen. Warte, 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 Kurve, Kurve. Warum sind hier auch so viele Kurven? Warte mal, ich probiere, dass ich hier zum Ski rumkomme. Weil hier nachher ist eigentlich ziemlich gerade hochbeschleunigen und geschafft. Warte, also drückt den Boost länger durch. Ich habe ihn immer nur angetickt. Das reicht nicht. Warte, wir probieren es gerade nochmal. Durchschalten. Ja, dann geht's. Einfach gedrückt halten. Das war mein Fehler. Aber ihr habt jetzt gesehen, wie es funktioniert. Wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen natürlich. Und natürlich auch, wenn ihr wollt, natürlich gerne einen Creator-Code eintragen. Und in dem Sinne viel Spaß beim Weiterleveln und mit den weiteren Aufgaben und haut rein.